Untertitelung. BR 2018 Heute 1. FC Saarbrücken gegen Tusmayen in der B-Junioren Regionalliga Südwest. Hier in Saarbrücken neben dem Ludwigspark heute der 11. Spieltag. Unsere mitgereisten Fans, heute zahlreich. Auf geht's! Geh, geh, geh weiter, geh weiter! Hinter dem Ball, hinter dem Ball, mitgehend! Für den Ball, für den Ball, geh weiter, Diagonale, Diagonale! Ja, aber okay. Ja, Spätim, ne, Spätim, nein! Spätim! Komm, hinter die Mittellinie! Klare Sachen! Wer? 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 Ich hab auch schon gedacht, der ist drin, aber... Komm, 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 geh drauf! Lass ihn nicht drehen, lass ihn nicht drehen! Ja, gut so!